Hallo Lieben! Hallo zusammen! Und wir sind wieder zurück von den Card Collectors und machen den dritten Teil von unserem Videomarathon. Wie ihr wisst, wir sind an unserem Ende vom Marathon angekommen. Wir haben die drei Tints wie aufs Endüner los, die V-Box, die neuen Sachen aufgemacht. Aber unser Besuch, Sandro und Eva, haben uns was ganz Spezielles mitgebracht. Sarah und ich sind schon lange auf der Suche nach einer XY Evolution Display Box. Oh ja! Jetzt haben wir 36 Booster, bleibt dran! Ihr seht hier, Sarah zeigt sich schnell die Booster Display Box. Ihr wisst ja wie gerne ich die Evolution Booster immer aufgerissen habe und wie sehr ich davon geschwärmt habe, die alten Artworks wieder in der Hand zu haben. Und jetzt, dank Sandro und Eva haben wir jetzt da so ein riesiges Display mit 36 Boostern voller Spaß und ganz vielen Holo-Karten. Und natürlich auch die Starter in den speziellen Artworks, da habe ich ein bisschen Auge drauf. Und die Mega-Entwicklungen sind hier ja auch mit drin, wie man da schon am Glurak unschwer erkennen kann. Und die goldene Dragoran-Karte! Und die goldene Dragoran-Karte! Die Secret-Rare-Karte! Das wäre natürlich was! So ein Glück, wie wir gehabt haben in den alten Videos, in den anderen Videos. Apropos Glurak! Apropos Glurak! Habt ihr es gesehen? Wenn nicht, schaut es euch an! Schaut es euch an! Unbedingt! Das letzte Video! Oh mein Gott, was wir dort gepullt haben! Das war Nervenkitzel! Ich glaube, wir haben noch nie so laut geschrien hier in dem Raum. Wir haben uns die Nachbarn gehört. Die Nachbarn haben uns fix gehört. Hey, schaut es euch an! Wir tun den Link oben rein. Ihr seht es da unten irgendwo. Schaut es euch an! Unbedingt! ABBA! ABBA! Evolutions! Wir machen es auf! Wir machen es auf! Bleibt dabei! Da sind wir wieder! Wir haben uns überlegt, wir machen wieder ein Battle. Wie eigentlich Sandro und ich schon mal gemacht haben in unserem letzten Video vor zwei Wochen. Und irgendwie hat es so viel Spaß gemacht, dass wir gefunden haben, okay, jetzt passt das doch gerade. Männer gegen Frauen. Yes! Und dann fallen die zwei Sandros. Team Sandro! Aber wir sind guten Mutes, dass die Frauen mal wieder gewinnen werden. Da gibt es gar keinen Zweifel. Ja, Ladies first würde ich sagen. Ladies first! Wir fangen mal an. Die 9 und 9. Eigentlich dann die 18 gegen 18. 18 gegen 18. Also drückt uns die Daumen. Eva! Bitte schön! Weite deines Amtes! Das Battle startet! Ich denke, das erste Booster werden wir... Oh, und es wird so schön sein, die aufzumachen! Das erste Booster werden wir ein bisschen genießen, sag ich mal. Ja, die ersten paar Booster. Einfach nochmal die Artworks! Die Artworks! Oh! Alleine das! Deswegen! Ich habe mich so gefreut, wirklich! Das sind ja noch die neuen Spirit Link Trainer Karten da drin. Und die alten Artworks! Oh! Und eine Feier! Oh! Das ist für mich schon Pull! Das ist für mich wirklich schon... Ich kenne dich auch! Ich finde das schade, dass das so wenig beachtet wird. Das ist so eine coole Karte! Und es ist sehr seltene! Es ist eine Rare Karte, die irgendwie mittendrin versteckt ist. Also nicht am Schluss, wie es eigentlich sein soll. Ja, es ist eigentlich schon eine Secret Rare sozusagen. Es ist eigentlich schon eine Secret Rare, ja. Okay, aber wir sind auch nicht fertig. Woolpix! Oh! Sundarn! Oh, guckt euch die Artworks an! Das kommt mir vor wie damals. Nidorino! Und uns? Oh! Und ein Bobo! Okay! Nicht schlecht, nicht schlecht! Aber wir haben die Dodo Karte schon! Die Dodo Karte ist eigentlich schon... unfassend Pull, ne? Ich finde sie super! Ich finde sie echt super! Das könnte schon die Entscheidung! Such die aus! Einfach weil sie lustig ist! Ich tue sie dahinter! Die bringt uns Glück! Frauen Power! Das ist wirklich cool! Oh ja! Das Surfing Picard! Das ist auch eine seltene! Ist es schon eine seltene? Ja! Ist es wirklich ein Pull? Ja! Wir tun die auch gleich nach hinten, komm! Das sind so ganz speziell! Die gab es ja als Promokarte dazu mal! Und die haben sie auch einfach in das Z3 reingepartt! Motobahn! Motobahn! Vastangela! Waxel! 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 Das ist ein Pull! Das ist definitiv ein Pull! Und weiter geht's! Weiter geht's! Sehr cool! Oh, ich habe irgendwie was glitzern gesehen! Ich glaube ich habe was glitzern gesehen! Es sind wirklich coole Karten da oben! Wie auch in die Starter in der EX Form! Das Tangela Reverse Holo! Und eine Mewtwo! Okay! Nichts glitzern gesehen! Ich dachte schon! Speziell auch hier in Mewtwo! Nicht Holo! Ja! Es ist eine Regular Rare Karte! Genau! Im alten Base Set gab es die ja nicht als nicht Holo! Es gab die nurmals Holo! Genau! Die haben da sehr viele Überraschungen reingepackt in das Set! Es war halt wirklich so das spezielle Set vom 2016! Das Holo! Yes! Quapsel! Nebulak! Nebulak! Das Magnetilo! Und jetzt wiederholt sich's langsam so ein bisschen! Ja! Ein Gagados in Holo! Boah! Guckt euch den Effekt an! Die Wirbel und die Sterne! Oh! Ja! Sehr cool! Nummer 4 für euch! Ich freue mich so, dass wir die Möglichkeit haben so ein ganzes Display zusammen aufzumachen! Das ist wirklich cool! Ein ganzes Display von dem! Das ist wirklich sehr sehr cool! Ja! Das sind jetzt alles ein bisschen auch Artworks, die wir schon gesehen haben! Energy! Energy! Auch die Energy-Karten, ne? Die erkennst du sofort, dass die so vom Base Set sind! Sehr cool! Und das ist für uns! Und das ist für uns! Und das ist für uns! Super! Yes! Perfekt! Dann bleiben für Eva mit dem jetzt noch 4 Booster! Mega! Aber schon ein guter Puls! Mega! Für die paar... Ich weiß gar nicht, wie die Pull-Rate ist so in den Boostern! Die war, glaube ich, ziemlich hoch! Je nachdem! Aber halt, wir hatten bisher immer nur die Chance, einzelne aufzumachen! So ein ganzes Display ist jetzt wirklich auch mal wieder was Neues! Und jetzt sehen wir ja, wie viel die Pull-Rate sich plus minus verhält! Also... Das kommt dazu! Auf jeden Fall! Oh! Das Wulpin! Ja! Polygon! Und? Und... Das Starmie! Gut! Okay! Noch nichts verloren! Aber bis jetzt sieht es schon sehr gut aus! Auf jeden Fall! Sehr cool! Sehr cool! Da merkt man noch... Widerspenstige Booster! Widerspenstige Booster! Ja! Auf damit! Für das ist es da! Und hier Kartentrick! Nur drei Karten! Es sind nicht vier! Weil es hat keine Standard-Energie-Karte vorne drin! Sind es nur drei! Das Onyx! Das Onyx! Karpador! Energie! Hier noch das Sternlu dazu! Tangela! Mit der Zeit wiederholen sie sich! Aber trotzdem! Oh yes! Die Karte, die es eigentlich nur als First Edition gab und auch nur in den Starter-Decks dazu mal! Ja! Sonst hat man die Karte nicht bekommen! Sie war ausschließlich First Generation! First! Die war nur First Edition! Die war nur First Edition! First Edition! Genau! Mit dem Stempel neben dem Bild unten links! Der schwarze Stempel! Das kann viel ausmachen! Der schwarze Stempel ist schon... Trainer! Okay! Electric! Das Karpador! Nebula! Aber so schön, echt die Artworks wiederzunehmen! Die Artworks sind unglaublich cool! Kokuna und... Oh! Ein Porenta! Porenta! Okay! Eine noch für Eva! Eva, letztes Booster! Ich denke, wir sind gut im Rennen! Ja, das sieht sehr gut aus für euch! Aber wir machen es besser! Tja! Noch nicht zu entschieden! Noch nicht zu entschieden! Wir machen sicher besser! Auf jeden Fall! Was zu beweisen gilt! Joa joa, sicher! Pote Ball! Magnetino! Schön! Das Set ist nicht so groß! Bibor! Okay! Und das Bibor! Okay! Ich tue den Haufen! Das war das letzte Booster für Eva! Und jetzt Sarah! Jetzt mache ich weiter! Ich probiere da mitzuhalten mit dem ganzen Puls! Zwei, drei! Zwei, drei! Und ich... Ein paar Artworks haben wir schon gesehen! Ja! The Text was neu! The Text was neu! Sonst mache ich da mal ein bisschen schneller durch! Weil wir haben ja noch extrem viel Rüste zu öffnen und extrem viel Schätze zu bergen! Nein! Das ist ja der Wahnsinn! Seht ihr die Kreise? Ja, das ist doch. Das hatten wir auch schon in anderen Videos! Oh! Hier habe ich es erwähnt! Die Struktur auf den Karten ist unvergleichlich! Es gab wirklich so in XY, das war richtig gegriffelt. Genau. Da fühlt man noch die Struktur auf den Karten. Ja, das stimmt. XY war da wirklich hohe Reiter. Sehr extrem. Das kann man da. Pika. Maschop und da sind wir wieder bei... Ah, Dictry. Cool. So das Digitalisierte, wie das damals noch aussah. Mhm. Sie werden immer besser. Sie werden besser. Sie wurden besser. Ich muss sagen, das neue Darkness Ablaze Set, muss ich schon sagen, haben sie wirklich schön gemacht. Ja. Sie sind wieder auf einem guten Weg. Ja, absolut. Sword and Shield war ein bisschen so, so so lala, gab ein paar schöne Karten drunter, gab ein paar schöne Karten, aber nicht alles. Aber bei Darkness Ablaze haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Muss ich schon sagen. Genau. Definitiv. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, die alten Karten in der Hand zu halten. Das ist Hammer. Nein. Nein. Im Ernst jetzt? Oh nein, das ist ein anderes Karten. Das habe ich schon gedacht. Ich habe gedacht, das wäre es gleich... Ich habe gedacht, das wäre genau die gleiche wieder, aber es waren ja mehr als eine mit dem goldenen Rand. Und die Vögel winken, ne? Ja, sozusagen. Oh, krass. Hier schon zwei goldene. Oh, krass. Sehr cool. Vor allem die Full Arts davon. Das sind eigentlich schon die seltenen Karten. Ja, das sind sie definitiv. Oh, das ist jetzt wirklich... Secret Train. Oh, ja? Ja. Secret Train? Ja. Gerade zwei. Könnt ihr das toppen, Jungs? Ja, jetzt wird es schwierig. Könnt ihr das toppen? Das ist nur die Revert-Holocarte, die ich hier habe. Yes. Oh, krass. Und warte, ist es noch nicht fertig? Ist es noch nicht fertig? Okay, schade. Aber... Die Breakkarte. Die gibt es ja in dem Set auch, genau. Mm-hmm. Ich habe hier ein bisschen die Befürchtung, dass die alle Puls schon gezogen haben. Nee. Nein. Also ich muss sagen, die Full Rate von dem Set ist doch sehr hoch. Wenn man das jetzt so auf 36 Booster betrachtet und was wir jetzt erst aufgemacht haben... Oh, das zieht aus. Wow, Reverse-Holocartos. Sieht doch cool aus uns. Ja. Oh, guckt euch den Effekt an. Wie das funkelt. Flippberry in Holo. Und was ja speziell ist, erst seit Evolution, das ist eine Feenkarte. Das war ja eigentlich normal. Oh, stimmt. Genau, es ist Feen, weil damals gab es noch keine Feen. Die gibt es ja auch erst seit XY. Gibt es auch nicht lange, ja. Und sie haben dann eine Feenkarte draus gemacht. Sie haben einfach eine Feenkarte daraus gemacht, was es ja eigentlich auch ist. Aber das ist halt speziell an der Karte. Und es gibt die Feen ja schon wieder nicht mehr. Und es gibt die Feen. Ja, sie haben sie wieder rausgenommen. Das muss mir echt mal jemand erklären, was da der Hintergedanke war, die einfach mal für zwei Generationen reinzuholen und auch einfach wieder rauszuschmeißen. Was habt ihr gegen die Feen? Die sind doch süß. Und das Pink war eigentlich auch immer super. Aber ja, okay. Weiter geht's. Das Gratfrats, Lidori. Da sind wir wieder bei der Energiekarte und das Diktri. Okay, noch zwei für mich. Zwei Booster noch. Aber es ist jetzt, jetzt hast du mir wirklich einen Wurm in den Kopf gesetzt. Wieso haben sie die Feenkarten rausgenommen? Ich muss jetzt wirklich immer... Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare rein. Unbedingt. Wir würden es nämlich auch gerne mal wissen. Wenn ihr eine Theorie habt oder eine Verschwörungstheorie, irgendwas. Verschwörungstheorie. Gegen die Feen. Ein Insider. Oh. 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 Weiter geht's. Noch der Starter. Sehr cool. Und das ist ja auch so goldig. Ja, jetzt fehlt nur noch das Glurak. Glurak, das gehört uns. Ja, ist klar. Das gehört uns. Allgemein, die Glurak-Karte wäre cool, wenn wir die ziehen würden. Die Hologlurak-Karte. Aber jetzt haben wir langsam, glaube ich, das Set voll, ne? Jetzt wiederholt sich so ein bisschen von den Karten her. Smogon ist neu. Smogon ist neu. So viel zu dem Thema. Aber ja. Nein, aber du hast schon recht. Es wiederholt sich halt. Es sind halt trotzdem nur 100 Karten, oder? Spirit Link. Mit Pauvos und das Porenta. Das war meine letzte Bühne frei. Okay, Leute. Jetzt ist Männerpower gesagt. Jetzt ist Männerpower ein Wechsel. Okay, wir werden da kurz ein bisschen... Ein bisschen Ordnung machen. Wechseln. Wir werden kurz wechseln. Jetzt sind wir dran. Okay. Das müsst ihr erst mal toppen. Die zwei goldenen müsst ihr wirklich erst mal toppen. Ja, die zwei goldenen. Karten-Trick 3. Surfing Pikachu. Ich bin schon mal gut unterwegs. Was mir aufgefallen ist, apropos Tor-Tock, das finde ich auch noch speziell. Das Tor-Tock ist nicht drin in dem Base-Set. Das Tor-Tock? Tor-Tock ist in Holo nicht vertreten in Evolutions. Das ist auch neu. Normalerweise gab es die Karte am Base-Set. Im Base-Set gab es die. Ja, genau, ja. Im Base-Set hat nur 108 Karten plus die Secret-Rail. Da haben sie wirklich was abgespeckt und irgendwie trotzdem was dazu genommen. Und abgeändert und irgendwie Mischmasch. Schnell den Mixer geschmissen oder so. Und noch ein Bibur. Hier Vollgas, ich will was ziehen. Das muss ich jetzt schlagen, unbedingt. Ich mache hier jetzt schnell meine Booster durch. Eins, zwei, drei. Das ist schon ein riesen Saustall nachher, wenn wir fertig sind hier. Naja, jetzt wenn es um die guten Pokémon-Karten geht. Hast du was gesehen? Nein. Nee, Pika. Aber ich fiebere mit. Oh, yes. Noch ein Holo-Magnetron. Sehr cool. Der Glitzer-Effekt ist richtig cool. Das wäre dann Pull Nummer zwei. Wenn wir das Surfing-Pikachu mitzählen, meiner Meinung nach. Wir haben mitgezählt. Ist absolut eine Promo-Karte damals gewesen. War eine Promo-Karte, ne? Im Originalen war es wirklich... Oh, die ist auch so cool. Die Supporter. Sehr, sehr cool. Noch eine. Die zählen wir auch. Das sind so schön. Dann haben wir die aber auch bei uns. Ich denke, irgendwo drin. Oder ich tue sie mal auf der Seite. Wir tun dann am Schluss zusammenrechnen. Wer das Battle gewinnt. Und hier das Mewtwo. So komisch, dass das nicht in Holo ist. Das ist aber auch mal speziell, ja. Das ist wirklich speziell. Okay, eins, zwei, drei. Professor Oak. Professor Eich. Die Doppel-Weiß-Energie. Auch immer gut fürs TCG. Um zu spielen. Diktar. Oh, ja. Wir hatten es vom Glura. Wir haben gewonnen. Auf jeden Fall. Da geht es keine Dünne. Yes, das Glura. Das ist die Karte. Das ist die Karte aus dem Set, würde ich meinen. Oh, mein Gott. Yes. Wir haben sie gesucht. Die gesuchte Karte. Yes. Das Glura-Karte. Richtig cool. Das ist ein Pull. Das muss ich sagen. Also, ich würde die Rocket wegnehmen. Dafür zählt die Doppel. Ja, das würde ich auch meinen. Könnte noch entscheidend sein am Schluss. Nice-Side-Drei. Boah. Yes. Okay, weiter. Wir haben noch einige Booster. Denn ein ganzes Display zu öffnen, sind wirklich halt 36 Booster. Bleibt noch dabei. Wir sind jetzt dann bei drei Viertel, sozusagen. Und das Radikal. Ich habe hier noch drei Booster mit dem, was ich hier aufreiße. Nice-Side-Drei. Es glitzert nur nach vorne. Richtig cool. Es glitzert das ganze Display. Wenn ihr die Chance habt, irgendwie an so ein Display heranzukommen. Ihr seht. Ihr seht, wie sich das lohnt. Auch nur schon die Reverse Holo. Hier kein Muster, sondern einfach die Artworks aus den alten Zeiten. Sehr cool. Alleine der Nostalgie-Effekt und dann noch die Pulse, die man da rausholen kann. Das ist auf jeden Fall was wert, würde ich meinen. Auf jeden Fall. Krass. Einfach die Glura-Karte gezogen. Sarah kann es nicht fassen. Ich kann es überraschauen. Flying Pikachu. Yes. Das Flying Pikachu. Auch die war zu den Zeiten. Definitiver Pull. Auch eine Promo. Die Flying Pikachu. Die Energiekarte. Radikal. Dann haben wir Smogon in Reverse. Und yes. Und hier haben wir die andere Art von Glurak. Alle drei Starter in einem Display. In einem Display, ne? Krass. Das ist ein richtig gutes Display, habt ihr da mitgebracht. Richtig gut. Wahnsinn. Yes. Was für eine Karte. Schon zweimal die Glura-Karte gezogen. Heftig. Zwei Golde, zwei Gluraks. Was kommt da noch? Sandro, alles lastet auf deinen Schultern. Denn ich habe mein Bestes gegeben. Ja doch, ich muss sagen. Das ist wirklich der Oldschool Pokédex. Wie cool. Bonita, Nidoran, Wolfpix. Die Energiekarte. Und? Und ein Akani. Okay. Das ist für mein Teil. Ich habe hier wirklich mein Bestes gegeben. Sandro. Ich übergebe. Sandro übergibt an Sandro. Yes. Du entscheidest das Battle, würde ich meinen. Dann fange ich auch mal an, denn wir haben noch einige Pulls zu pullen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie das da hinten aussieht. Wir haben Platzmangel. Es wird knapp vor Platz. Hier. Quapuzzi. Rocco. Der Eichgrad. Yes. Bonita. Das Dodo. Yugong. Die letzten paar Karten genießen. Yes. Die haben wir noch nicht, ne? Nein. Die haben wir noch nicht. Sehr cool. Sehr cool. Oh, noch acht Booster von dem Set. Ja. Als erst mal wieder Schluss. Und dann müssen wir uns wieder auf die Suche begeben. Ja. Aber echt, hey, wenn ihr die Möglichkeit habt. Mhm. Torino. So ein schönes Set. Echt. Ja. Es versetzt einen einfach über 20 Jahre zurück. Ja. Die ersten Booster, die man als Kleinkind geöffnet hat. Oh, ja. Die Mama uns das... Und getauscht waren. Genau. Torino. Mama hat uns das Taschengeld gegeben und dann alles für Pokémon ausgegeben. Einfach, um die glitzernden Karten zu jagen. Oh, ja. Und dann mit Freunden zu tauschen. Und wie wir getauscht haben. Oh, ja. Jeder hat den Pokken gehabt. Es war der Hype schlechthin. Und das lässt es uns jetzt wieder aufleben. Die alten Artworks. So cool. Wirklich so schön. Yes. Und das Diktri. Das hat uns ja auch vorgekommen, hm? Ja. Sandro. Diktri. Ich sag's nochmal. Das ist jetzt ganz bei dir. Ja, da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Da muss noch was drin sein. So, eins, zwei, drei. Doch, doch. Da kommen noch ein paar Sachen. Bin ich überzeugt davon. Das Safcon bringt mir Glück. Das wird sehr schwierig. Aber da muss noch was drin sein. Auch wenn es noch eine Holo ist. Es zählt als Punkt. Definitiv. Die wollen wir ja. Ja. Fast. Fast. Knapp daneben, aber trotzdem vorbei. Ja. Yes. Boah. Das guckt Knapp. Die haben eigentlich wirklich fast alles gezogen. Die goldene Drago ran und die hätten gewonnen. Das wäre der Instant Win, ne? Ja. Die Eger Entwicklung haben wir jetzt noch keine gesehen, leider. Oh. Vielleicht ist da noch... Yes. Ganz cool. Die Breakkarte. Die Breakkarte. Die kommt gleich nach hinten zu dem Minus. Und... Yeah. Okay. Aber die Breakkarte ist cool. Breakkarte ist richtig cool. Nehmen wir. Zählt als Punkt. Eben die Megaentwicklung wäre noch cool, wenn wir da noch eine ziehen würden. Da haben wir jetzt noch keine gesehen. Nee, wir sehen es noch nicht. Eine Megaentwicklung. Und die goldene Drago ran Karten. Ja, das wäre natürlich der heilige Kral von dem Set. Na gut, ich muss zwar sagen, den heiligen Kral haben wir eigentlich fast schon gezogen mit der Glurak Karte. Das Glurak, ne? Ja. Das Glurak ist schon... Unabhängig von Gold, aber Glurak ist einfach... Ist gesucht. Ist wirklich sehr gesucht. Ja, und das Glurak. Es ist das Glurak. Es ist das Glurak. Oh, ein Stamm. Komm, drei hast du noch. Noch drei Booster. Noch drei Booster, bleibt noch dran. Die letzten drei. Oh, das wird schwierig. Ist da noch eine Möglichkeit da, um zu gewinnen? Wenn ihr euch ganz viel Mühe gebt. Und du... Und... Und... Sehr cool! Das zählt als Holo. Sehr cool. Das ist ein Punkt. Auch die ist sehr gesucht, ne? Aus dem Base-Set. In gutem Zustand oder so. Sehr gut, ne? Halt alle vom Base-Set. Und hier lassen sie es wieder aufleben. Sehr schön. Oh, ich glaube, ich sehe was Glitzern. Oh... Oh... E-Reverse Holo und... Und... Oh... Yes! Mewtwo! Sehr cool! Yes, der Effekt. Das Auge. Guckt euch das Auge an. Yes. Sagen wir nicht nur die Starter, sondern auch die Mewtwo-Karte dazu. Das ist fast Mewtwo-Komplett, ne? Ja. Sehr cool. So, jetzt das letzte Booster. Letzte Möglichkeit für die goldene Radler-Karte. So eine Mega-Karte wäre schon noch. Boah, die goldene. Das letzte Booster, Leute. So. Aber ich muss sagen, für das Set... Hey, für ein Display? Was für Puls? Hey, heftig. Das ist richtig heftig. Wie gesagt, das erste Mal, dass wir so ein Display öffnen, jetzt sehen wir zum ersten Mal, wie so der Rat da ist. Mhm. Und, und? Was soll die letzte Karte sein? Die letzte Karte ist ein Pickering. Oh, schade. Oh, aber Punktestand. Punktestand. Ich denke, wir müssen da nicht zählen. Ich sehe schon, ihr habt sicher gewonnen. Ich denke, der Gewinn geht an die Mädels, an die Frauen. Mal wieder. Aber auch wir, ich denke, wir machen ein kleines Recap. Männerseite. Haben wir das coole Mewtwo, einmal rückwärts das Video. Das Glurak. Dann haben wir das Pikachu. Das Glurak. Ein persönliches Highlight, muss ich echt sagen. Ist einfach das Glurak. Sehr schön. Hier, Jessie und James mit Mautzy. Yes. Und noch das Surfing Pikachu. Und die Ninetans. Die Ninetans gehört uns auch, genau. Die goldene. Da haben wir eine goldene, wenn du so. Toll-Effekt. Ist eigentlich schon goldig, ne? Wenn man so nehmen will. Dann haben wir eigentlich die, ja? Recap, Recap, Recap. Schnell zusammensammeln. Frauenseite. Frauenseite. Oh, pfff. Okay, wir haben definitiv verloren. Das steht nicht zur Frage aus. Hier ist Nido King. Sehr. Ich fände die cool. Sieht irgendwie aus wie so ein... Hat was vom Son Goku. Sorry, aber wie er sich so... Mit dem Friesen. Das ist Nido King in Saiyajin Format. Das ist ein saures Nido King, ja. Gut. Wow. Unsere zwei goldenen. Seht ihr die Struktur? Das ist abartig. Wie Sandro es so schön sagt, da kann man Gemüse damit schälen. Da kann man wirklich raffeln, möhren und alles Mögliche. Guckt euch das an. Guck mal, die Ringe, die von der Hand ausgehen. Ja, genau. Sehr cool. Die Energieabsorption. Sehr cool. Dann wir Two Talk. Pipi. Wow. Auch die Holo-Effekte. Sehr, sehr cool. Garados. Und Bisa Flora. Und noch ein Surfing-Pikachu. Und natürlich die Secret-Rail. Das ist offiziell eine Secret-Rail. Oh, sie? Das ist eine Secret-Rail. Ihr seht es hier unten von den Zahlen her. Oh, dann haben wir das irgendwie... 112 von 108. Und alles, was drüber ist, ist eine Secret-Rail. Aber ich würde meinen, das Display hat sich gelohnt. Hey, komm, wie viele Kappen wieder rauskommt. Wenn du nicht zählen würdest, würdest du sicherlich auf irgendwie 20 Kappen kommen. Auf jeden Fall. Auf 36 Booster. Das ist eigentlich praktisch. Wirklich jedes zweite Booster sicher locker am Pool. Definitiv. Sehr cool. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wie gesagt, ich sage es zum dritten Mal. Holt euch die Box. Und deswegen feiere ich die Booster auch so. Weil es ist einfach so schön. Sehr, sehr cool. Wenn man da noch so coole Karten rauszieht. Wow. Okay. Danke fürs Zugucken. Ich denke, das wäre es für heute. Der Marathon ist durch. Guckt euch alle anderen Videos noch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich danke euch fürs Zugucken. Das war es mit unserem Besuch. Sandro und Eva. Und bis zum nächsten Mal, würde ich meinen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020